Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es mal wieder eine Runde Mario Party, mal wieder seit langem. Es gab erst eine. Sorry, dass es in den letzten Wochen so wenig kam, aber jetzt in der Ferien, jetzt kommen wieder mehr. Aber ich bin auch gerade schon wieder am Vorproduzieren und wir beginnen gleich mit einer 1. Guter Start auf jeden Fall, denn ich fahre bis Montag weg einmal. Gibt es wahrscheinlich zwei Videos dazwischen und wenn ich wiederkomme, gibt es am Mittwoch auch schon einen Stream. Aber dazu nochmal ein extra Video, dass ihr es alle nicht vergesst und ja, gibt es nochmal ein kleines Video extra am Wochenende. Aber ja, wie gesagt, nehme ich gerade auf, also vorproduzieren und ja, mal sehen, was für Minispiele uns erwarten. Und wir sind jetzt gerade auf dem 20. Platz. Ist gerade noch nicht so geil. YouTube noch eine. Wie nehmen auf, wie nehmen auf, okay. Wie nehmen auf, Leute. Genau. Ach, Mini Survival Games. Ach nee, schon gar keinen Bock drauf. Gib her die Sachen. Nein, haben wir uns die alle weggegrappt. Sorry. So, die Schuhe noch gönnen. Oh, die hat sie auch noch nicht genommen, die Hose. Danke dafür. Und ja, ist hier oben noch irgendwas drauf. Ach nee, Shit, hat uns nichts mehr übergelassen. Hier hinten ist noch eine Truhe. Können wir versuchen, ob hier noch was drin ist. Hm, nee. Ähm, ja, mit PvP zur Zeit ist auch so eine Sache, weil ich mache gerade halt A1-Hörerschein an die Leute, die es gerade interessiert. Und danach hole ich mir eine neue Grafikkarte mit meiner FPS auch mal wieder höher sind, weil PvP zur Zeit ist echt nicht drin. Sorry, Leute, auch wenn es viele sehen wollen. Ähm, aber das ist halt einfach nicht drin. Da müsst ihr ja warten, ein bisschen neue Grafikkarte ab. Ich mache wahrscheinlich auch bald mit Spenden im Livestream. Also nur, wenn ihr dazu was beitragen wollt, müsst ihr natürlich nicht. Aber gibt es ja immer vielleicht ein paar Leute, die das wollen. Ähm, habe ich da auch so eine, ähm, nachher Top Donations. Und zum Beispiel habe ich da auch so eine, äh, Anzeige, so eine, so ein Balken. Und da füllt sich dann halt mit den Donations, wie viel ich noch brauche. Also, aber dazu da auch nochmal mehr. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das ab Mittwoch schon so ist. Ich denke nicht. Ähm, aber ja. Und auf jeden Fall ist derzeit gerade 50% Rabatt auf Premium auf meinem Server. Und jetzt kommen bald auch nächste Woche die Lootchests raus. Also, ähm, das sind zwei verschiedene. Ähm, in der einen sind so gute Sachen, so Crap bis gut. Und in der anderen sind schon echt nice Sachen, sag ich mal. Von der anderen kriege ich mal immer nur eine. Hier, also von beiden, die Premium bekommen halt immer mehr pro Woche. Aber nur so ein bis zwei Stück. Ähm, dann können die halt Premium zum Beispiel auch noch mehr Save Points machen. Und, und, und. Ähm, ja, aber wir warten jetzt erstmal, bis das Spiel hier jetzt zu Ende ist. Ähm, gut, wie viele sind noch drin? Eins, zwei, drei, vier Leute sind noch drin. Der Erdschild hier schon in der Mitte, weil es, ja, fünf Sekunden. Aber mittlerweile ist es ja nicht mehr mit der Mitte. Von daher, ähm, es ist jetzt egal. Oder ist es doch noch mit der Mitte, weil er wird jetzt erster, aber das war nur Zufall. Ähm, weiß nicht. Gut. Mal sehen, was wir jetzt zu erfüllen. Ich hoffe, etwas Besseres. Ne 3. Ja, dann gebe ich mich zwar auch noch nicht mehr zufrieden, aber, ja, mittlerweile rege ich mich nicht mehr über die Zahlen. Auf Hauptsache, die Minispiele sind geil, solange kein, ähm, zum Beispiel Gun Game oder mein absolutes Haar-Spiel von The Chamber. Das hasse ich wirklich. Ähm, ja, solange das nicht kommt, ist alles safe. Aber gut. So, auf jeden Fall, wie platzieren wir jetzt auf 16? Drei Leute haben schon wieder gelieft. Okay. Nur einen Platz weiter vorne. Also eben. 15. Nice, hat jemand gelieft. Ich dachte, jetzt Browser fällt, aber, okay, und Min fällt. Okay, das ist eigentlich auch ganz nice. Geiles Spielmodus. Und ich habe jetzt schon, ähm, Minecraft 8 GB zugewiesen. Ähm, kann man jetzt nicht sehen. Ähm, also vorher hatte ich nur eins, aber ich habe 16 GB RAM, deswegen die Hälfte kann man ja Minecraft zuweisen, dass es noch alles geht. Ähm, okay. Mal sehen, wie wir jetzt hier durchkommen. Gut, hier vorne ist gleich keine Minis, werden wir einmal ausnutzen. Oh Gott, es laggt schon ein bisschen. Aber, das kann nicht mehr, ähm, und mit der Grafik kann sein, dass sie, oh shit, kann sein, dass sie anders ist, weil ich nehme mit OBS auf mit Fraps geht es einfach gar nicht mehr. Hm, ich weiß nicht warum, aber es laggt einfach so übertrieben bei mir mit Fraps. Okay, komm, wir müssen das jetzt hier langsam durchziehen. Hierhin, dann hierhin springen. Nice. So, wir müssen ein bisschen langsam waren, eben ein bisschen zu schnell. Gut, dann sind wir hier gut rübergekommen. Hier. Okay. Ja, shit, da waren wir ein bisschen zu langsam. Diesmal eigentlich kann ich das Spiel relativ gut, aber, ja, wir haben gerade, äh, ja, immer so. Ja, ihr seht, es wechselnde FPS. Na, eine 4. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine neue Grafikkarte, auch bei anderen Spielen. Kackt ist mittlerweile echt ab. Ich habe die GT 630 und, ähm, mit einem Bildschirm war es alles gut so, aber da ich zwei Bildschirme habe und die jetzt auch schon seit ein bis anderthalb Jahren, wenn nicht zwei Jahre, ja, ja, fast zwei Jahre sogar. Also, ungefähr ein Dreivierteljahre habe ich die jetzt mit, ähm, einem Bildschirm und seit ca. einem halben Jahr, dann müsste sie ungefähr sein, mit zwei Bildschirmen. Und da die GT 630 auch nicht mehr so die neueste ist, sage ich mal, ist sie schon hart über, na, ja, sie ist halt schon gut abgebraucht, sage ich mal. Muss auf jeden Fall langsam mal eine neue her, aber wird es dann bald auch Zeit, so vielleicht mal in den Sommerferien werde ich bestimmt eine neue dazu bekommen. Bis dahin muss erstmal so ein bisschen PvP, ähm, zurückgehalten werden, sage ich mal. Ähm, privat, wenn wir uns mal irgendwie über den Stream-Kanal sozusagen und gegeneinander adden oder gegenseitig adden, sage ich mal. Ähm, privat ist alles gut, ähm, läuft auch noch alles flüssig, sage ich mal, in den meisten Spielen auch, aber halt, sobald ich aufnehme, wird es halt, ähm, ja, sehr ruckelig, sage ich mal. Ähm, ja, FPS-Drops sind auch dabei. Shit, jetzt der mehr Runde gefallen hat, habe ich mich eher aufs Regen konzentriert, aber egal. Sind gerade auch gute Infos dabei, würde ich sagen. Ähm, ja, also das war so die Hauptsache für das Ganze. Und ihr seht es ja auch in manchen anderen Spielen. Oh nice. Ähm, zum Beispiel früher, ähm, deswegen habe ich auch, ich habe auch extra den zweiten Teil davon nicht gebracht, von Sniper Elite. Ähm, ja, ihr habt ja gesehen, das war verwischt. Und das habe ich letztens erst rausgefunden, das, ähm, normal läuft es eigentlich auch fast flüssig. Also es ist schon ein bisschen so verwischt bei, ähm, aber bei mir war es sehr echt doll. Ähm, ich habe es trotzdem durchgezogen, eigentlich relativ gut. Ähm, aber, ja, war trotzdem jetzt, okay. Kann man eigentlich so, normal, ist halt klar, der hat jetzt immer so durchschnittlich 35 Aufrufe. 35 Aufrufe, ne 5 nice, 35 Aufrufe, aber ihr seid so hauptsächlich Minecraft Community. Habt man ja bei den letzten Videos gesehen, beide so fast 120 Aufrufe. Und kam das Video, wie ich meine Videos mache. Und es hat jetzt in Anführungszeichen nur 50 Aufrufe. Also merkt man schon, ja, äh, ich produziere aber für mich selber auch in letzter Zeit ein bisschen sehr wenig Videos. Aber ich hatte sehr viel mit der Schule zu tun, mit so Vorprüfung und sowas. Ähm, aber jetzt, da Ferien habe ich, werden oft Streams kommt, wenn nicht jeden Tag, ähm, Streams kommt, habe ich gerade gesagt, okay. Wenn nicht jeden Tag Streams, ähm, so vielleicht auch abends, aber eher so mittags, so bereich, so 14 Uhr. Ähm, wenn ich es schaffe, sonst auf jeden Fall abends, wenn es tagsüber nicht gehen sollte. Aber, ähm, ja, mal sehen. Ganz viele spielen hier so, aber ich kann das gar nicht. Ich mache lieber so, ganz klassisch. Ähm, ja, da bin ich jetzt ein bisschen leiser manchmal. Ach nee, ach nö, ach nö. Wenn wir jetzt schon, erste Runde. Puh. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Würde ich sagen. So, wir stellen uns mal hier außen, damit wir das alles schon im Blick haben. Eben haben wir echt Glück gehabt. So, jetzt haben wir den Schlamassel. Hopp, rein da. Sehr schön. Gut, da hinten ist noch eine Freisünde. Gut, dann werden wir mal gucken. Dann, so kleiner Leck mittendrin. Äh, das ist jetzt ein Leck, glaube ich, oder? Jo, shit. Okay, damit sind wir auch raus. Läuft gerade nicht so bei den Spielen bei uns. Ähm, das sind auch nicht so mein Lieblingsspieler sind so Replika. Pferderennen werde ich jedes Mal erst und zweiter, dritter, wirklich safe. Ähm, ja, Replika, Pferderennen, dann Wettrennen. Wettrennen, Jump'n'Run, und, äh, ja, das war es eigentlich schon so fast die Hauptsachen, sage ich mal, die mir so am besten gefallen, die ich auch am besten kann. Ähm, ja, gut. Gut, ich belege den siebten Platz, schade. Aber, pff, egal. Ja, ich hau viele Infos raus und so. Ähm, freut mich, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wie der eine Eins läuft, zeigt nicht so gut mit dem Würfeln. Aber, ja, waren jetzt viele Infos, aber gut, jetzt, jetzt wollen wir uns mal aufs Spielen konzentrieren, Leute. Ach, jetzt bin ich warm. Naja, so. Komm, 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 komm. So, was wird gespielt? Mir wird gerade gar nichts angezeigt. Achso, kann auch gar nicht. Wir wurden noch hochgeschmissen. Welcher Platz bin ich denn? Ich bin... Okay. Sagen wir jetzt nichts zu. Wir brauchen noch 13, fällt euch noch 36. Ein kleiner Unterschied. Schießstand. Ist auch so ein absolutes Hass-Game. Also, diese Runde oder dieses Match wird nicht so geil von den Minispielen her. Aber, na gut. So, versuchen wir unser Bestes. Gut, so. Und falls ihr noch irgendwelche Minecraft-Video-Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Kann ich sie in den Ferien gerne noch aufnehmen. So, die wollen alle an den Goldenen ran. Goldenen. Aber den schnapp ich mir jetzt. Genau, nice. So, und das TNT-Ding da auch nochmal. So, jetzt aber. Nice. So, der Goldene. Ach, okay. Der hat sich gestehen. Hat er sich geschnappt. Ach man, komm. Ach, komm, 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 komm. So, jetzt gleich rausballern. Rausballern. Nice. Den haben wir. Hier haben wir noch welche versuchen immer mitzunehmen. So. So, da vorne jetzt noch ein. Okay, die wurden mir beide weggenommen. So, versuchen wir die da oben mal. Sehr schön. Dann den. Dann den. Sehr schön. Dann den. Sehr schön. Dann den. Schlecht. Dann den. Schlecht. Dann den. Schlecht. Hier nochmal einen versuchen. Komm, TNT-Typ. Nice. Ähm. Oh, ich war noch dritter. Ich wollte schon meckern, weil wir beide 16 Punkte hatten. Ähm. Ach man, was hörf ich denn so scheißen kriege Zahlen. Ist ja auch nicht mehr normal. Na, jetzt ist halt ein bisschen sehr unlucky. Okay. Eine 5 ist okay. Ähm. Naja. Ich wette, welche als einzelnen Wopf hatten gerade eine 6. Aber ist dann halt so. Ähm. Naja. So, wie viel brauche er noch? 10 Felder. Er hat gerade auch nur eine 3. Aber für die sind jetzt 14. Platz. Ähm. Browser fällt mit 4 nach vorne. Wär jetzt mal ganz schön. Vielleicht. Ähm. Gut, da ist er noch gefallen. Mal sehen, was wir für Pferde rennen. Heisekartoffel. Das ist auch so ein absolutes. Ach. Kein Hassgame. Aber ich mag es überhaupt nicht. Ähm. Mit dem Minispielen haben wir gerade überhaupt nicht Glück. Aber. Naja. Müssen wir gucken, was geht. Und gucken, ob wir jetzt die Heisekartoffel schon bekommen oder noch nicht. Nein. Wir haben noch keine. Gut. Dann heißt es wegrennen, 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 wegrennen. So. 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 Nice. 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 Okay. Jetzt sind wir hier unterwegs. Ähm. 8, 7, 6. Ähm. Okay. Der hat uns gerade geprankt. Ach. Fuck. Schade. Ja. Hasse ich aber auch dieses Spiel. Aber ich finde das Design. Das habe ich erst vor ein paar. Ähm. Ich würde zur Zeit wenig Minecraft so. Also. Solche Spielmodi ist eher für mein Server. Ähm. Obwohl ich da zur Zeit auch wenig spiele. Ähm. Habe ich erst gecheckt, dass hier so, ähm. Ja. Da eine Hecke sein soll. Da halt es schwer auf dem Amboss. Und hier die Heube. Das mit den Heuballen finde ich echt nice gemacht. So ein XL mit den Bändern da drum. Das finde ich gut gemacht. Wenn was hier oben sein soll, weiß ich nicht. Äh. Ich glaube das soll ein Bogen sein. Ähm. Und hier außen rum Melonen. Das sind auch nice finde ich. Und ja. So. 6 Sekunden. 5 Sekunden. Dann sollte es vielleicht zu Ende sein. Weiß ich nicht genau. Es ist das Finale zwischen den beiden. Ja. Oh. Ich belege den 10. Platz. Okay. Äh. Naja. Gut. Dann würfeln wir jetzt mal in die Luft gucken. Und. Eine 3. Nice. Naja. Ähm. Gut. Da sind die Raumschiffchen. Raumschiffchen. Sind zwei Luftballons aber. Ist egal. Gut. Mal sehen welcher Platz wir jetzt hin. Und ob der erste schon gefinisht hat. Habe ich glaube noch nicht ganz. Mhm. Fintfelder braucht ihr noch. Oder? Ja. So. Der Wind gewinnt aber auch mit gutem Vorsprung. Wir hatten echt eine scheiß Runde erwischt. Ähm. 28. Und ne. 5. Ja okay. Ich denke mal. Dieses Minispiel Wohlblock. Das ist auch noch so ein blödes Lackspiel. Also da ist einfach nur Glück. Wie die. Gerade wenn diese Reihen. Und diese Blöcke hier sind. Mit den Reihen wurde es schon ein bisschen mehr gefixt. Dass er mehr von der einen Farbe sind. Und nicht so riesen Löcher. Aber bei den. Ähm. 3x3. Blöcken. Ähm. Noch gar nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber. Naja. Gut. So blau. Stehen wir hier schon. Perfekt. Guck hier jetzt. Wenn es. Hier sind auch. Okay. Ähm. Jetzt hat man es auch gut geschafft. Wenn da große Löcher sind. Genau wie jetzt Alter. Ach. Meine Güte. Guck mal. Jetzt hat man das noch gerade so geschafft. Aber. Ähm. Ja. Wenn es nachher schnell geht. Bist du da schnell mal draußen. Orange. 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 Ach Gott. In diesem Spiel bin ich aber eh kacke. So mit Reaktion hier gucken. Äh. Ob. Huh. Da haben wir jetzt noch mal gut gerettet. So. Da stehen wir gleich schon auf gelb. Aber ich hasse das nachher so unter Stress. Ähm. Okay. Jetzt noch ein weiterkommen. Und wir sind. Och shit. Kommt Leute. Fallt doch runter. Na. Oh. Ich wollte noch dritter. Nice. Ja. Okay. Das war aber auch Luck. Ähm. Okay. Da vorne eine Browser fällt. Da wäre nice drauf zu kommen. Dann eine vier. Zu. Okay. Ich kann jetzt aber keine eins bekommen. Ähm. Okay. Eine drei. Jetzt vielleicht noch eine vier. Wäre ganz nice. Hätte ich mal die erste sieben. Und mal wieder eine fünf. Wir hatten keine sechs in diesem Spiel. Trotz mehrmals zwei Würfeln. Ähm. Ist nice. So wir erwarten. Davor ist da einer. Erste ist ja jetzt fertig der Typ. Oder. Jo. Null Felder. Wir sind jetzt. Ach. 13. Darf man 14. Das deprimiert. Ähm. Okay. Schreiben wir trotzdem. GG. Und. Ja. War zwar nicht das spannendste Video vom Gameplay her. Aber dafür kommt dann am Wochenende noch mal eins. Und dann der Stream. Nicht vergessen mehrere. Also. Ähm. Ja. Vielen Dank. Dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020